Hallo Leute und weiter geht's mit dem BeatBuddy, mir hat's einfach keine Ruhe gelassen, mal gesehen von der Musik, egal, ähm, ich hab mich glaube ich ein bisschen blöd beim letzten Mal angestellt, ja, könnt ihr euch so sagen, das ist einfach so, das nehm ich auch so hin, äh, ich war auch etwas müde, vielleicht sollte ich aufnehmen, wenn ich fit bin, wenn ich ausgeschlafen bin, so, hier ist mal eins auf die Nuss, äh, Nase, ich hab immer versucht nach da oben zu kommen, hier, pass mal auf nochmal, hier, diesen hier, ähm, pam, ja, warum komm ich da hin, ganz klar, falsch eingestellt, ich muss viel weiter rüber, warte mal, eins, zwei, drei, vier, ich glaube eher so, seht ihr, die Richtung stimmt schon eher, ähm, warte mal, bam, bam, das reicht aber immer noch nicht, und ich glaube, ich muss da hin, ich hoffe, also ich hab mir das beim letzten Mal nochmal angeguckt, was ich da für ein Mist verzapfte, so, wir testen das einfach mal, zumindest weiß ich schon mal, dass das jetzt, äh, gar nicht so schlecht war, ich bin da guter Hoffnung, so, oder, das müsste reichen, wir schnappen uns jetzt mal hier diesen, zack, oh, ok, ich bin auch ein Held, fallen gelassen, der Held vom Erdbeerfeld, also, da erstmal wieder rein, Tür aufgehen lassen, lalalalalala, lalalalalala, so, Tür ist auf, schnappen, ähm, hm, hm, ich glaube, das beweist wieder, dass Männer nicht zwei Sachen gleichzeitig tun können, scheiße, kann nicht so schwer sein, Mensch, also, ich hab natürlich losgelassen, clever wie ich bin, und, zack, nein, gut, das war jetzt die Theorie, es funktioniert also, wie ihr gesehen habt, nein, so, vielleicht schaff ich das ja jetzt, Tür geht wieder auf, boah, knapp, aber, ich muss hier nochmal drehen, und zwar nach oben, ich hoffe, das ist jetzt richtig, ok, also, doch etwas schwieriger, als ich dachte, also, wieder aufgehen lassen, aber wir sind auf dem Weg, und, ähm, jetzt, äh, pam, nein, ich war zu, ach, Mensch, zu langsam, ey, jetzt hab ich schon den Turbo versucht zu benutzen, hier, den hier, na los, komm, zack, loslassen, Tür ist offen, so, ja, wir haben es geschafft, oh, endlich, ey, weiter in der Story, jibbi, yay, yeah, beautiful sign, juhu, was, schnell, 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 schnell durch, schnell durch, oh, jetzt müssen wir durch das Rohr durch, wahrscheinlich, ne, na, hat's ja gebracht, das hat's ja gebracht, ich vermute mal, wir müssen da durch, genau, siehst du, weil, oh, Sterne, Sterne, wo müssen wir denn jetzt hin, nach, oh, stopp, au, alter, nicht so schnell, nein, boah, diese blöden Dinger, ey, Mist, irgendwie, Mann, okay, endlich weiter, darüber bin ich froh genug, Mann, dann haben wir echt blöd angestellt, oh, nee, gut, erst den Polizisten weg, und dann die anderen beiden, wieso hat denn der noch einen Deckel auf dem Kopf, so hässlich immer noch, oh, macht der auch Damage, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, so, dann erst mal den, im Takt, ne, kein Damage, bam, 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 wo ist denn der Takt-Tipp, obwohl, den gibt der selber vor, ich krieg die doch sowieso, ich hämmer hier im Takt auf meinem Controller rum, yippie, yippie, na, komm, da war er doch fast, ja, man braucht manchmal echt noch einen Finger mehr hier, irgendwie, die Steuerung, ey, das alte PC-User ist halt echt ein bisschen tricky für mich hier, na, komm, da war er doch fast wieder, hast die Birne geplatzt, die Eiterbeule, ja, Mensch, komm, hau rein, Alter, Mann, 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 kann der nicht stillstehen, aber ich brauche eine andere Position hier, wenn ich schneller wieder ran bin, boah, fast, ja, Mann, was für eine Geburt so, bei dem müssen wir jetzt erst mal den Kopf wegsprengen, oder? Ja, das ist so, sag ich doch, holen den Helm abgenommen und jetzt geht los, Ja, siehste, wenn man im Takt das macht, geht das auch superb, so, jetzt holen wir mal noch ein bisschen Leben mit, juhu, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, so, na, der olle Polizeipolizist, schon wieder eine doofe Tür, Na los, ey, ey, der kommt hinterher, der blöde Mann, oh, scheiße, die frische, jetzt du, so, jetzt brauche ich nochmal das da, na, das da, okay, zack, nein, ach, so ein Mist, ich hab doch da raufgedrückt, auf diese blöde, ach, da ist noch eine Krabbe, hmm, der würde man nicht gesehen, okay, falsche Reihenfolge, ne, richtig, ja, ja, schnell was denn das geht, funktionieren, jetzt, nein, viel zu schnell, ne, das Risiko geht nie ein, was habe ich denn nun wieder verpasst, die Röhren, oh, da sind auch welche da drin, aha, guck mal da auch, juhu, schön, zack, jibbi, jajajay, oh, was ist denn das, bewegte Teile hier, äh, von da oben, nein, schnell dazwischen, puh, ach, das ist schwer, das, hm, da auch, okay, okay, cool, aber diese komischen Spuckdinger, die haben noch wieder sicherlich auch einen Grund, warum die da sind, und hier geht es nicht weiter, auch wenn es hier so aussieht, vorsichtig, nein, ich sag nur vorsichtig, und ich renne da noch hin, so, bringt mich ja dann nur nach da unten, ach so, ich muss das Ding hier wieder aufkloppen, ah, was ein Rätsel, ne, ne, das aber nicht, das verdickt machen soll, oder, alter, wird sich verkackern, kann das klappen, siehst du, klappt doch gar nicht, da oben ist ein Spucker, da unten bin ich eingesogen, da sind zwei Bässe, muss ich erst mal testen, wo der eine Bässe überhaupt hingeht, na komm, zeig mir doch mal, ach so, das hört zu, hä, reicht das für der Schleudereffekt schon, ne, das geht auch nicht, warum kann ich das Ding nicht kaputt daun, Mensch, so, also, also, ich befürchte, dass ich oben rechts von diesem was, ach ne, guck mal, guck mal, unten rechts geht es ja auch weiter, wie soll ich denn das nicht gesehen, ja, ich will nicht geguckt haben, oh Mann, ja, obwohl, ähm, was hat der da oben drauf, was ist das, ach so, hä, okay, okay, also, jetzt, Tür auf, aber er dreht sich immer noch, ne, ne, steht still, ja, äh, so, na, den muss ich jetzt, warte mal, wenn ich da hingehe, den muss ich jetzt aktivieren, ne, ah, yeah, uwi, jetzt muss ich wieder zurück, freu mich grad wie so ein kleiner Schuljunge hier, weil das einfach mal irgendwie, cool gemacht ist, allerdings steht das Rohr jetzt auch irgendwie andersrum, ach ne, das ist ein Spucker, ach, hier ist jetzt offen, bestimmt, ah, oje, oje, unendliche Weiten, dies sind die Abenteuer des kleinen, hoch, BeatBuddy, ein Stream, huiiii, uiiiiiiii, alter, uiiiiiiii, yippie, was ist das denn, ist ja eine geile Achterbahn hier, so nach oben, yeah, Speicherpunkt, groovy, so, da scheint auch wieder was nicht zu funktionieren, oh, und da lang, ich guck erstmal her, was kommt denn da, da komme ich Junge weiter, wenn ich da durchgehe, okay, na gut, Freunde, ich würde sagen, dann machen wir diesmal eine kurze Runde, wir sind ja weitergekommen, habt ihr lang genug ertragen müssen, und warten können, darauf, dass es weitergeht, oh, blöder Sack, ey, oh, hat er wieder beide weggemacht, okay, dann sehen wir uns halt, beim nächsten Mal, jibiii, ja, nochmal gespeichert, bis dahin, liebe Freunde, tschüss, tschüss, tschüss. 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 Vielen Dank.